Und was sagst du? Bist du bereit, den Handel einzugehen? Ich weiß nicht, was du meinst! Dein Laden läuft doch nicht mehr, oder? Kaum Kunden, nichts in der Collector, dann guck dir dein Personal mal an. Du brauchst ein Facelifting. Und was schlägst du vor? Du kannst Christ bleiben, aber wir müssen was hinzufügen. Werde Hindu-Christ. Das ist wie Christ sein, nur böser. Was sagst du? Warum sagst du? Was meinst du, ich bin so teuflisch, das kannst du doch nicht tun. Ey, hör mal zu, ich bin Jesus Christ. Und jetzt bin ich zum Teufel bei Preist. Und ich sag, ja. Und ich sag, ja. Ich sag, ja. Da mach ich jetzt mit. Ich sag, ja. Ich sag, ja. Ich sag, ja. Wuhu! Wuhu! Siehst du mich? Das ist der heimige Geist. In der Fall. Da mach ich null weg mit. Ah, 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 ah. Da mach ich mir wirklich mit, ah, 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 ah. Da mach ich mir wirklich, du kannst dich. Ich will dich einfach so hier sitzen lassen. Ich will doch lieber einen anderen Stoß fassen. Ich sag äh, 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 ich sag äh, äh. Und was sagt ihr? Ich sag äh, äh, wir sahnen. Wir sagen äh, äh, äh. Okay, dann soll es wohl nicht so sein. Dann gehe ich jetzt eben zu den Moslems. Das ist keine gute Idee. Und wenn ihr morgens Zeit habt, es ist Sonntag, dann geht in die Kirche, tut eine Kerze an, mit euch nüller und sagt einfach mal. Und hier sind alle drei Finalisten, Steffi, Sven und Eka. Was für ein würdiges Finale, die wir uns heute Abend zusammengeglascht haben. Ich habe alle drei gewinnt. Doch, wenn der Sven gewinnt, bekommt er alle beiden Damen obendrauf. Wenn eine der beiden Damen gewinnt, bekommt sie Sven obendrauf. Ist das fair?